Wir haben bereits jetzt eine Schnittstelle zur Zusammenarbeit mit Personalisierungsprovidern. Das heißt, wir können bereits jetzt auch Ergebnisse aufgrund von Personendaten entsprechend anders ranken, sodass unterschiedliche Personen auch unterschiedliche Ergebnisse kriegen und natürlich dann GIST-Ergebnisse bekommen, die für sie optimal sind. Ihr Ziel ist es, unsere Suche auch zunehmend mehr Data-Driven zu gestalten. Das heißt, auf Grundlage von Technologien wie Machine Learning und Big Data selber die Suchergebnisse weiter zu beeinflussen und gleichzeitig auch Connected Services zu schaffen. Das heißt, mit anderen Anbietern zusammenzuarbeiten und damit gemeinsam einen Mehrwert zu schaffen und auch da die Suchergebnisse weiter zu verbessern. Ja, natürlich die Möglichkeit auf der DMX-Cube im Stand bei den Kolleginnen und Kollegen besteht natürlich, sich all diese Dinge live vorführen zu lassen, weitere Fragen dazu zu stellen, einfach tiefer in das Thema eintauchen und sich weiter mit beschäftigen und gute Tipps von uns bekommen.